Wir wissen nur, dass was in der Luft ist, das die Menschen verändern. Du bringst mich nach Pola Bula. Wieso? Da ist seine Schwester. Jetzt wirst du sehen, was die Erwachsenen so treiben in der Nacht. Hey! Können wir reinkommen? Diese Scherz-Zombies sind hier überall! Ja, klar. Sie kontrolliert die Zombies! Wir brauchen Benzin. Das kann nicht funktionieren. Das sollten wir herausfinden. Wir brauchen eine gute Panzerung. Das Spiel beginnt. Bereit? Sowas von! Kommt her, Tote-Bastarde! Den ersten Hilfekasten! Mach ihn auf! Oh, Bier! Willst du ein Bier, Frank? Ja, was hast du denn gedacht? Sag mir, wo sie ist. Dieser Truck fährt mit Zombies. Keine Zombies, kein Truck. Es geht hier um das Überleben der verfluchten menschlichen Rasse. Festhalten! Kommt schon, ihr Zombies! Ihr wollt einen Zombie? Ihr kriegt euren Zombie. Was? Vorbei oder drüber? Fahr drüber. So, ihr hört der Gibbo. Bis dann? doing! Este ist das? Sag mir, ihr wollt, Ich hab jetzt doch noch mal